Dass ich freitags und sonntags irgendwo stehen kann und über Fußball sprechen kann. Ich verdiene ja auch mein Geld damit. Ja, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Naja, aber ich habe trotzdem eine intrinsische Demut. Und weil ich habe mich gefragt, warum stehe ich denn da? Warum kann ich da überhaupt stehen? Ich glaube, der Fußball, der gehört den Fans.